Also eins ist einmal ganz gewiss, sie ist ein Stückl größer, hat aber einen riesen Hacken an und heißt Geraldine, nein sie heißt Geraldine und ist glaube ich aus München, so genau weiß ich es nicht, aber es wurscht, sie stellt sich selber vor. Hallo, mein Name ist Geraldine oder auch Sherry genannt, ich bin 38 Jahre alt und Single, meine Hobbys sind Tanzen, Schwimmen, Radlfahren, Wandern, unter anderem auch meine Hunde, mit denen ich hier auch gerade am Spazierengehen bin, eins und zwei, ja und genieße mein Leben, allerdings momentan leider alleine und ja, ich hoffe es ändert sich bald. Was muss er haben? Groß sein, schöne Augen, Charakter, kein Ossi. Oh, und er darf nicht rothaarig sein, hast du gesagt, gell? Ja, rothaarig sein, eine Hunde. Und was muss er haben? Schnell! Charakter, äh, was ne? Muss er haben, unbedingt. Tierlieb. Tierlieb, stimmt, du hast zwei Hunde. Zwei Hunde. So, auf geht's, dann suchen wir Hundeliebhaber. Juhu. Wie groß bist du 1,72, gell? Genau, 1,72, er muss mindestens 1,80 Stammmaß haben, weil sonst schafft er die Schuhe nicht. Ah, wir fangen das Mandel. Sie. Er ist hier her da. Entscheidende Frage. Entscheidende Frage. Sind du Single? Nein. Nur mal so zwischendrin, das wäre der Richtige. Ja. Aber du bist mit dem da, oder? Ja, klar. Ist das deiner? Ja, und wir. Kannst du uns den leiden? Ich komme darauf an für lang und für was. Ja, fürs ganze Leben. Aber sie ist auch nicht dabei, gell? Fürs ganze Leben. Es ist sogar nicht schwiegermutter. Eine Schwiegermutter. Da gehen wir gleich weg. Gaaah, 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 gaaah. Da geht gar nichts. Scheiße. Sehr brav. Schaut ihr, er ist 42 gewesen. Irgendwann habe ich 42 gewesen, das stimmt. Außerdem bist du nicht ... Das war kein Burrisch, he? Nein. Was war das? Gölsch. Oh, 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 oh. Du, Frau Geraldine? Ja. Also ... Gute Typen waren ja dabei gewesen, gell? Ja, war schon nicht schlecht. Waren nicht schlecht? Ja, aber sie sind alle vergeben? Ja. Blöd. Scheiße. Aber einen Vorteil hat's. Also die Frauenwelt kann aufatmen, die Männer sind ehrlich geworden. Genau, ja. Die sind total ehrlich. Also es besteht Hoffnung. Ja. Jetzt brauchen wir so einen ehrlichen, hübschen. Genau. Single. Bis gleich.